Oh, oh, oh. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Verdammt. Das war wohl wirklich zu knapp. Das hatte ich mir aber eigentlich auch fast gedacht. Oh, oh, oh. Rückzug, rückzug, rückzug. Um die Ecke. Jetzt kreuze ich aber wirklich gleich. Die machen gar nichts mehr, was ich will. Die bleiben überall hängen, machen irgendeinen Scheißdreck. Und schon wieder sind wir weg. Und warum verschwinden die im Moment permanent, nachdem sie gestorben sind? Und bitte das mal bitte. Genau gesehen, oh, das wird eng. Drück nach unten, drück nach rechts. Nein, sie bleiben an der Ecke. Aber immer noch immer mehr als vorher. Vorher hatte ich ja noch 20, jetzt immer noch 22. Und die sind doch überhaupt keine Zwerge mehr. Ja, da fehlen noch 7. Ach, die stehen da. Und die kommen sogar nicht zurück, wenn ich so rufe. Das ist ja geil. Äh, Jungs. Ah. Geht das auch nix? Fuck, wie sick. Wahrscheinlich hätte ich das irgendwie da. Wieso? Wieso bewegen die sich jetzt nach da unten? Kann mir das irgendjemand verraten? Hatte ich nicht vor. Hatte ich nicht. Da muss ich hin. Dann will ich da noch nicht hin. Da gibt's nämlich wohl einiges. Ihr müsst euch diese Statue holen, Herr. Will ich mal irgendwie platzieren oder sowas? Also dann von da angreifen. Nein, dann bleibt man ja auch stehen. Vergesst meinen teuflischen Plan nicht. Ja. Aber ich will wissen, was es dort gibt. Ah, oder geht's da dann abkürzungsmäßig wieder raus? Wir müssen euch diese Statue holen, Herr. Ja, okay, da geht's dann raus. Ja, alles klar. Alles klar, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So, ja, die Grünen waren, glaube ich, hilfreich gegen den, ähm, Golem. Ist fast Golem. Steinriese. Ein Steinriese war es. Macht's nicht besser. Die Scheißfie... Ja, au, au. Ach, es hätte ich... Ja. Okay, Jungs, ähm... Ihr stellt euch alle erstmal hier in die Ecke. Bleibt mal da. Ich hab eine Idee. Jetzt will ich mir nicht sagen, dass ich das nicht kaputt kriege. Erstmal gucken. Nein. 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 Das war eine Blöde, die das hätte ich viel besser machen können. Oh, das hätte ich viel besser haben können. Ähm, grüner. Oh, ich nehm mich mit. Oh, ich krieg mich nämlich wieder. Oh, shit. Ähm, greift mal alle an. Ich hab Angst, mich umzudrehen. So, und weg. Weg, 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 weg. Und weg, 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 weg. Ah, jetzt war es wieder. Ah, jetzt war es da wieder. Knapp. Ich bin jetzt. Und hier ist der Rest, den Rest, den Rest, den Rest noch haben. Oder das war es noch. Oder das war es noch. Oh, ist da noch? Oh, ist da noch? Da ist noch einer. Komm. Nimm dir das, der Zauberkacke. Hau ab. Gucken, wenn ich mir... Dann eben jetzt mit der braunen Kohorte. ...braunen Minions. Tja. Dreimal übers... Viermal übers Hühnerauge gefahren. Und dann bricht der natürlich zusammen. So. Wird denn jetzt kommt das blöde Ding und teleportiert es weg? Ah, no. Westerhaft Herr, jetzt kommen wir zur kritischen Phase meines teuflischen Plans. Lasst Braune zur Statue ausschwärmen und wartet ab, was geschieht. Braune. Hallo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Die alten Gerüchte waren also wahr. Die Statue ist hohn. Mir, irgendethe. Mir. Mir. Mir, irgendethe. Mir. Und dann mit der Pickelhaube. Ja. Der mit der Pickelhaube geht, ja. Ganz klar. Da ist es natürlich gut. Mir. 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 Da ist es natürlich gut. Aber ich meine, ich habe da gerade irgendwie noch gesehen, wie irgendwo was rumlag. Da nicht. Habe ich nicht mehr hingeschickt. Äh, ich habe zweimal gedrückt. So ein Rundgang. Ah, da! Ah, da ist es ja eigentlich nach oben. Wer denkt noch an Bados Gate? Die Schergen werden wir mitteilen, wenn sie ein Portal für euch aktiviert haben. Dann könnt ihr euer böses Territorium noch weiter vergrößern, Herr. Wäre das nicht nett? Sehr nett. So, dann holen wir uns das Vergrünen. Also wahrscheinlich, das müsste ein Schergenzauber sein. Also wenn ich es jetzt richtig habe, sind die Grünen immer Zauber. Ein Schatz ist es nicht. Die blauen Mana. Die roten, äh, Lebensenergie. Achso, die sind einfach weg und ich... Alles klar. Dann hole ich mir jetzt das da unten. Ja, da bin ich gerne für bereit. Einen Grünen zu opfern. Oh, Grüner. Ich hoffe mal, die nehm ich... Oh, genial. Dann nehm ich die halt einfach mal mit. 31. Das ist der Hammer. Jetzt wird es richtig lustig so langsam. Das ist die Statue nicht. Was heißt, ich vergesse die Statue. Hier ist doch... Ah, nur ein Schatz. Ordentlicher. Ja. Wunderbar. Oh, es ging dann jetzt doch nach anfänglichen Startschwierigkeiten fixer Woche, als ich zu hoffen gewagt habe. Deswegen gehen wir auch dann natürlich gleich... fix in die Goldmine. Ja. Und nach der Goldmine in die Brauerei. Ich hoffe auf ganz viel Geld. Ganz, ganz viel Geld. Und dass der ja nicht irgendwie zu Sprung ist und irgendwie noch... Punkte verteilt hat. Doof. Aber man kann ja nicht alles haben. Wir haben immerhin fünf weitere Schergen dauerhaft dazubekommen. Jetzt fehlt uns noch der Durium. Nein, den haben wir schon. Der letzte Durium-Schmelzhofen haben wir. Ah, wen haben wir denn da? So, sehr, sehr schön. Ja, am Anfang bin ich ja dann nach links. Äh, da geradeaus. Also geht's jetzt nach links. Jetzt fehlt mir noch hier ein Abschnitt. Unter dieser Brücke durch. Und dann haben wir noch die Brauerei. Dann machen wir das jetzt gerade den Teil unter der Brücke. Dann die Goldmine. Und dann gehen wir mal unseren alten Kumpel. Ich hab schon seinen Namen wieder vergessen. Den Zwergenkönig besuchen. Wir finden hoffentlich zwischenzeitlich den dritten Schmelzhofen. Ah, okay. Ich komm gar nicht da. Oh, oh. Oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ihr müsst alle helfen. Alle kämpfen. Gut, was ihr könnt. Oh, fuck. Zwerge auf Bier. Verdammte Scheiße. Ich hätte meins noch einen Zauber aktivieren sollen. Geht's doch weiter. Warum nicht für mich? Verdammt. Verdammt, verdammt. Er ist Stück gestorben. Wahnsinn. Daumen oder Daumen? Geh mal mal Daumen. Da war irgendwie was zu holen. Ja, dann sagt er ja. Okay, dann gibt's wohl so'n Rundkurs. Das gilt Hard-Din mit der Pickelhaube. Das wär mein neuer Hauptmann-Wosk geworden. Der ist in der Statue. Oh, was kann's denn hier noch geben? Also eigentlich doch nur noch der Schmelzhofen, oder? Oh, schnell ein Spear. Oh, alle auf den Links. Und auf den alle, alles was ich hab. Oh, schau. Ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Kann ich nicht irgendwie... Ah, guck mal einer an. Da gibt's neue Äxte. Hat's ja schon mal gelohnt. Muss ich nur noch rausfinden, wie ich dieses... Ja, ne, jetzt sieht man von hier nicht, wie ich dieses eine, ähm... Auf die andere Seite kommen... Oder komme ich vielleicht aus der Goldmine dann da hin? Wär auch ne Möglichkeit. Waren da noch Gegner? Ne, da waren keine Gegner. Dann können sie laufen. Irgendwie außen herum. Ne. Schafe. Ne, da komm ich nicht rüber. Ist jetzt nicht wie. Hm. Hier gab's ja außerdem auch keinen... ...anderen Weg zu gehen. Hier unten rum. Ha? Äh, ne. Die... ...kommen auch in irgendeinen... Ah, da. Ihr hält Gegner nicht unbedingt davon ab, euch anzugreifen. Aber vielleicht erschlagen sie sich gegenseitig. Oder rennen weg. Ah, da. Ihr wählt alle! Okay. Und da oben... Ne, da oben ging's dann auch nicht weiter. Ich kam ja sowieso nicht hin. Alles klar, dann gehen wir jetzt zur Goldmine... ...und hoffen, dass wir wieder aus der Goldmine rauskommen. Wir an diese eine Stelle kommen. Oh, ich hoffe mal, dass dieser Flammenwerfer-Tipp weg ist. Der hat mich jetzt sowas von angekotzt. ... ... ... ...